Der Gürtel wird übergeben von Mr. Grinnell, Ambassador und Freunde der Veranstaltung. Das war gerade der US-Botschafter in Deutschland. Eine sehr, sehr inspirierende Story hier von der Big War Pool. Liebe Zuschauer, lasst euch nicht sagen, ihr könnt nicht, ihr werdet nicht. Ihr müsst einfach nur fest an euch glauben, dann ist alles möglich. Der alte und neue Titelträger steht vor ihnen. Dustin Stolzlos. Dafür geht man auf die Knie, Alter. Dafür geht man auf die Knie. Und sie sagt ja. Sie sieht natürlich noch ein bisschen geschockt aus, liebe Ezra, aber zu freuen scheint sie sich zumindest.